ja hier ja eine nasenflöte nein tut die wieder rein das sieht voll geil aus da kann auch mal so ein buch da rein stellen so aber es gibt ja noch extra es gibt ja noch extra bookshelves ne was bringt der 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 enden für die waterbucket unless you drink from it and trade its life for hunger erstmal trinken kann ich dir mit dem wasser befehlen kann mir mal jemand von euch vielleicht ein wasser dings bauen wird wenn wir noch eins in der kiste ich habe ich habe ich habe warte in dem cake ist jetzt was aber gucken was passiert habe ich getrunken und jetzt ich kann nicht der hat unendlich war über la baut das mal zu der unendlich wasser jetzt wer der cake ich habe einmal mit dem wasser aufgenommen ich kann jetzt unendlich von dem trinken kann unendlich wasser mit dem platzieren nice und du bist unsichtbar wo ich bin unsichtbar ich war halt spaß schade schade ey so ne flöte kann man auch gut verwenden um sich halt irgendwie so zu orten halten ja 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 da geht es ja richtig weit ja genau ey warte mal wir versuchen das mal eben ich geh mal kurz ein bisschen weiter weg blö was hat er gemacht doch naja guck mal hört sie mich noch nein schade ich steh drin und ich höre dich nicht hm ähm ich wollte grad mal äh da wo sind die wanden da ja ja jetzt höre ich dich so kann man das natürlich machen so in höhlen tun ist das zum beispiel hier ein bisschen cool so was wolltest du was wolltest du jetzt mit der spitze mit der äh was wofür wolltest du mich jetzt mit brauchen was spitze angeht ne ne ich wollte das mit lieber haben ne wir wollten hier hinten das sieht ja geil aus das ist schön denn hier ja ich suche grad das wert für mich ähm das ist hier drin ah da hä meinst du ähm hier hauptsache ihr baut sich hier oder wo meinst du ja ja hier ja hier das ist Yves und Markus sieht auf jeden Fall richtig geil aus und bei dem Feld dürfen uns auch alle bedienen meinte sie das ist gut das ist für uns alle ja so ne scheiß egoiste ne wir dürfen uns alle bedienen ja bla bla ist so alter geht ja gar nicht ey ich mach jetzt mal was cooles was lohnt sich eigentlich so zu verzaubern wenn ich alter was lohnt sich so zu verzaubern ähm ja Stäbe halt ne klar ey hier guckt was ich was ich jetzt hier machen kann schaut euch mal den Fabi an wie der Fabi tanzen kann was kostet was kostet mich das gar nichts ja geil sieht voll gut aus ne und wenn man jetzt sagt hier unten das ne die Dinger die kann man jetzt ja noch da drunter so ja vor allem kann man die gut verwenden auch sonst ähm für so guck für so ne Art Sofa oder sowas eine ja sieht doch voll gut aus ja das sieht voll chillt aus ey eine Frage kurz ähm man kann ja hier mit die ähm die Stäbe also man kann zum Beispiel mein Electric Stuff hier kann ich äh ja alles kostenlos verzaubern also Magnet weiß ich was ist Blut was ist Blatt für ne Verzauberer äh weiß ich gar nicht man kann zum Beispiel auch hier sowas verzieren und Art Play weiß ich auch nicht das ist alles kostenlos aber so Tether ist dass du äh das nach dem Leben äh nach dem Tod auch noch was ne nach dem Tod kriegste dann wieder ja ja und Unbreaking ist klar guck da kann man das doch schön verzieren eigentlich guck da kann man das hier noch so nehmen aber geil äh verzauberte Gegenstände kann man auch noch mal dann kommt da jetzt nicht mehr rein jetzt kann man da nicht mehr rein äh auf jeden Fall das ist das war Intelligenz pur das war also wow wow also das war ne da komm ich jetzt eigentlich nicht mehr drauf so ne Intelligenz Bestie bist du ein was ist ein Legia Bogen boah bester Bogen im ganzen Spiel diga okay die Ender Schilde was bringt denn diese was bringt denn diese Skite was ist das für nice das sieht aus das sieht aus wie ein Tisch wo ein Regal drauf packen da kann man hier bevor noch einen Stuhl bauen oder ist das wie so ein Schreibtisch das sieht aus wie in meinem Zimmer mein Regal ja da ja genau das ist richtig cool ja wir müssen jetzt halt mal warte du musst da oben jetzt noch ein Playmobil du musst da oben jetzt noch ein Playmobil Piratenschiff drauf machen das ist mein Regal kann ich jetzt eigentlich auch hier sowas da rein ah ne das ist nur ausschließlich vier Bücher kann man da rein stellen wir müssen da jetzt bald nochmal also in den nächsten Folgen mal hier mehr ums Haus kümmern ja ja ich geh dauer nein du musst auch schön raus ja eine Frage jetzt wofür sind die Skites sind das die Huren da verpisst er sich in die Ecke weißt du so ein Wieser Wichser Manu ja bei Fuß hier bei Fuß ja was wofür sind die Skites also das Ding was hier auch hängt sind das die Huren achso das war das ich auch nicht und was denn diese Skites die die man aufladen kann das Ding was ich auch gefunden habe was Ding was hier drin auch steckt das war für eben ach willst du jetzt Streit mit mir anfangen nein heilen 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 ach du willst jetzt Streit mit mir anfangen hab ich das richtig verstanden nö das hab ich jetzt nicht gesagt warte bevor ihr euch mit den Fingern nahe gehen die Augen auskratzen ja was was gibt's noch so für Stäbe ich weiß jetzt hier den äh den Fliegstab den elektrischen Stab es gibt den Heilstab es gibt den Wasserstab es gibt Heusen Feuer Wind Heusen äh also was bringen die so das kannst du doch auch nachkommen ja ok halt Feuer kannst du zum Feuer rumkacken ja ja also ich sag mal das sind jetzt nur die also ich äh hier Heil und Flieg sind die einzigen die wir benötigen oder ja 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 irgendwie auch noch wichtig du hast hier noch Cleans von Nano drin ah Nano drin sehr gut warum ist da ein Handgriff ähm damit kannst du so dicke Schwerter machen wie du hast ah ok und was bringen die Hexical Essenzen damit kann man sich die Hexical Diamonds machen und mit denen halt Rüstung und so ja die Rüstung ist heftig ja ja genau so die Rüstung oder die ähm Scale Rüstung kann man hier daraus eigentlich nochmal was machen oh ja kann man auch so ich guck mal hier eben in diesem Preview Fenster was es so alles an Rüstung gibt ja mach das mal ach schau mal was man hier noch so bauen kann man kann auch noch so äh halbe Half Steps äh ach so das sind jetzt Half Steps halbe Half Steps ja aber guck das sind jetzt Half Steps die kann man auch hochkant hinstellen alles ne also ganz cooles ach so ja die ja ja und dann gibt's noch das hier das ist kein ganzer Block aber es ist auch kein das ist halt so ein halber ne welcher ja hier so ne ja so ein Mittelding halt ja genau lol Big Workbench Rucksack was ist das denn? ist das ein Rucksack mit einer Workbench mittendrin oder was? ja 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 hier gibt's alles Dekker ja Jonah ist halt schon geil ne also Hexet ist schon nice Hexet hat schon hat schon auf jeden Fall was das ist schon gut kann man nicht anders sagen what ach ja genau ähm gib mir mal die Spitzsacke ach so warte ähm mach ich jetzt ein richtig schönes Schwert halt mal das sieht richtig schön aus das war's so tschüss und das hier was bringt weil diese Türen das sind die Portaltüren oder? mhm ja genau ja genau ja genau aber da muss ich mich da müsste ich mich nochmal schlau lesen wie man die genau benutzt weil das ist ein bisschen äh seltsam wie man die benutzt und wo hat uns das Türchen hier hin was hier steht? da steht schon Türchen naja wir haben da so ne Tür und wo bringt mich das hin? geh doch rein da unten ist ein okay ja ja ist dann auf der anderen Seite auch wieder ein Portal dass ich wieder zurückkomme ja ja klar klar ich bin einfach durchgegangen passiert nichts doch jetzt toll ich hoffe diese Pigments sind jetzt nicht so auf musst du halt ein bisschen aufpassen weil ab und zu sind halt auch so fein und so das ist echt tricky da ja ich dachte ihr habt das Portaltüren gebaut ne ne das war das schon ne ne die spawnen random da musst du wirklich aufpassen das ist äh ich lauf wieder zurück das ist mir zu creepy ja ab und zu sind halt auch peilen oder ähm dann oder du siehst ja den Weg gar nicht obwohl da eigentlich ein Weg ist und so und dann denkt man ach scheiße da fall ich gleich runter das ist schon ein bisschen hart das ähm ja seitdem ich da war hab ich jetzt voll die creepy Mucke das ist voll gruselig hier ist der Spinne Manu kann ich dir irgendwie helfen? äh ja du kannst Cobblestone brennen ja ok und dann das kann ich tun das halt äh zu ihren Stonebricks machen ich bin grad so froh dass Pigments einen nicht angreifen einfach so gibt's genug von würde ich sagen ich brauch mal Kohle so dann gehen wir grad mal wieder zurück und dann zeig ich euch gleich mal ein richtig cooles Schwert das ist eigentlich so mein Lieblingsschwert vom Aussehen her also das ist wirklich eins ja also das ist wirklich ähm ja also das ist wirklich ähm Mann ich hab was für dich da ja cool hast du schonmal hast du schonmal vier uiuiui übertreibt man nicht hier ja ehrlich so was hat denn hier dann zeig mal her wo ist denn die dahin hey guck mal ja dieses Holz ist cool ja so Leute jetzt zeig ich euch mein absolutes Lieblingsschwert digga das ist dann auch gut oder sieht das nur schön aus das sieht nur schön aus ist genau so stark wie das Ender Giants wird oder das Diamond Giants wird sieht aber viel besser aus ja ich hab jetzt mal drei direkt gebaut ja ich hab jetzt mal drei direkt gebaut ah cool für jeden eins einfach weil diese einfach weil die so cool aussehen ich hab ich hab mir grad die Schwerter in der Preview Liste rechts im Inventar angeguckt und äh ich hab das hab ich auch gesehen und das ist das erste was ich gesehen habe da ja sieht echt neus aus ja wozu ist bitte ein Scooter da hm bitte wat guck mal in die Liste rein da ist irgendwo ja welche Seite ja die letzte die letzte Scouter ach Scouter ja ok ne nicht Scooter aber Scouter halt Scooter ja keine Ahnung ey die Scale die Scale Rüstung erinnert mich an irgendeine Rüstung irgendwas erinnert mich das du hast halt die beste Rüstung im ganzen Spiel digga ok die Turtle Plate Rüstung haben sie ein bisschen aus Terraria übernommen leu äh haben wir Sand mhm nein haben wir Glas nein fuck fuck wo ist jetzt die Rüstung die ich gerade eben gesehen habe also irgendjemand hat unseren Scale Helm genommen ja also ich hab ich hab da jetzt eben schon nachgeguckt vielleicht haben sie den natürlich auch auf ne das weiß ich natürlich nicht ähm ja ich werde jetzt kurz mal wieder mal wegfliegen und bring jetzt grad meinen Obsidian mit dann baue ich grad mal schon mal einen neuen damit wir die Rüstung voll haben weil dann bin ich ein bisschen stolz ähm ja also wir haben schon zwei Obsidian da irgendwo rumfliegen in unserer Bude das weiß ich da ach hier ist noch ein Hexical Diamond okay wir haben also noch ein Hexical Diamond übrig ja einen hätte ich gerne noch ähm weil ich muss mir nur noch einen Helm machen ja jetzt brauche ich noch zwei Goldengel jetzt da hab ich die hab ich je gesehen so aber dann ja hier oben sind Goldengel ja ja schon schon gefunden weil dann baue ich ich finde keine roten Blumen ja fertig warum gibt's dir bitte nix rotes und jetzt kommt bitte mal mit ja ich bin grad schon weg bester Augenblick wo wissen du das ist der schönste Augenblick in meinem ganzen Hexical Leben Aua warte ihr müssen die Waffenkammer kommen ja warte ich komme ich komme ich komme zurückgeflogen kommen ich muss grad dafür sorgen dass unsere Besucher uns mal los werden hier ja das ist so schön es ist so schön was hat was hat die für Effekte ja ich zieh die gleich mal und dann kann ich dir das sagen ich hab sie schließt hier ich hab sie schließt hier ich hab sie schließt hier ich brauche jetzt echt nur noch so einen scheiß Helm dann hab ich ne ganze Seafrüstung ich hab ich hab durchgehend Stärke ich hab durchgehend Resistenz und ich hab durchgehend Fire Resistance Boah das ist heftig das ist der schönste Augenblick in meinem ganzen Leben ich brauch einfach ich brauch nur noch so ein paar scheiß Tulpen weil es irgendwas rotes für Färbstoffe dann hätte ich ne ganze Seafrüstung ja hättest du ne und ich hab dummerweise grad mal ne Karte ausgeblendet wie blende ich die wieder ein mit N soweit ich weiß achja ja mit N ok ich bin guck mal sooo was hab ich denn hier noch drin hier hab ich noch Energy und hier ist noch Crack'n'Ride Boots guck mal grad mal weil Crack'n'Ride Rüstung hab ich hier glaub ich auch schon irgendwo stehen ja aber die ist schon voll so ein scheiß dann kommen die Schuhe jetzt da rein oh endlich äh falsch da rein so hier ist Thief Rüstung dann haben wir hier was hoppla was haben wir hier für ne Rüstung drin hier haben wir Meteoroid da ist Crack'n'Ride hier ist Iron Plated Scale Leggings hier ist Kürbis den würd ich halt gern äh Kürbis Kaktus den würd ich jetzt halt gern voll machen weil der ist nicht schwer dafür bräuchte ich noch 15 Kakteen die habt ihr aber nicht zufällig grad dabei oder? Nein wisst ihr wo ne Wüste ist? äh ja guck dir einmal wo 모�ony oder ähm und der Mal ach danke beide erstmal ähm das brauch ich Wolle 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 Was ist das denn? Hast du das Fell gebaut? Naja, das habe ich gefunden. Das habe ich gerade an. So, ja. Hier stehen zwei Tower... Hier stehen zwei Tower nebeneinander. Jonah, es wird gekloppt bei dir. Okay, ich habe jetzt Night Vision und Strength. Strength, oder was? Dauerhaft. Okay, hier sind noch ganz viele Tower... Hier sind noch richtig viele Tower. Das ist aber geil. Hier ist ein Chokobo. Ja? Ja. Mein Respekt. Ich kann die halt nicht heil machen, ist ja die Scheiße. Gar nicht! Oder hast du einfach nur zu wenig Level? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe... Ja, jetzt habe ich mir zu wenig Level. Aber vorhin hatte ich ja noch Level und da ging es nicht. Hm. Ja, dann ist das doof. Aber eigentlich müsste man die reparieren können. Ja, eigentlich schon. Also vielleicht hätte ich von Anfang an auch noch zu wenig Level und ich habe es nicht gecheckt, aber... Ja, kann natürlich sein, weil das halt eine recht gute... Ey, du könntest jetzt eigentlich relativ schnell laufen können. Ja, genau. Kann ich auch. Ich möchte doch nur ein paar Kakteen haben. Vor allem wenn ich hüpfe, ey. Das ist so geil. Mein Flugzeug ist schon wieder kaputt. Ja, mein Auto passt. Man kann eine Brille bauen. Ich weiß. Mein Pelikan. Hallo Pelikan. Ja, ich habe ihn geboxt. Wie heißt noch mal dieser eine Superheld von Banks, den Shayna, macht diesen komischen Blitztypen. Flash. Genau, Flash hier. Ich bin so Flash. Wiuum. Wiuum. Ja, kann ich... Ey, Digga, das kann ich aber auch. Ja, ja, ja. Ey, Digga, das kann ich nicht. Hallo, hallo. Komm, sollen wir mal ein Wettrennen machen? Nee, du. Komm. Wohin denn? Wir laufen. Ähm... Wir... Warte, okay, komm, wir gehen am einen Berg hier hoch. Mhm. Okay? Ich mache jetzt ein Wettrennen. Ey, das ist einer Mann. Aber auch wirklich nur laufen, ne? Ja, ja, nur laufen. Okay, ja, sag mal, wohin. Ja, wohin denn? Okay, ähm... Bist du... Wer zuerst bei der Statue von da hinten ist? Hä? Wir starten hier. Warte, bei welcher Statue? Da drüben. Wir gucken direkt drauf zu, okay? Ach so, okay. Und 3, 2, 1, go. Ja, ohne Flugstab! Ja, ich habe doch keine schnelle Sachen gesagt. Ja, okay, ja, ja, okay. Du bist doch noch ein bisschen schneller. Alter, wie ein bisschen... Ja, okay. Du bist schon... Du bist schon ein bisschen sehr schneller. Neum, 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 neum. Neum, neum, neum. Okay. Ach, vor allem aber nein. Meine Schuhe sind trotzdem cooler, weil ich kann mit meinen schon übers Wasser laufen. Ja, das natürlich. Oh mein Gott, he is Jesus. Ja, bin ich. Warte, ich zeig euch das jetzt mal. Eine Frage, was... Was wären so die lohnende Rüstung, auf die ich gehen könnte? Ja, was? Scale? Oder Tribal? Ja, Scale haben wir doch, oder nicht? Aber das ist deine. Oh, wo war das? Das wollte ich gar nicht. Hier, Manu. Ne, Tribal wär noch... Recht lobenswert. Ah ja, genau. Ist auch cool. Ach, Tribal da. Tribal ist auf jeden Fall... Kannst du dir sogar jetzt eigentlich schon machen. Dafür brauche ich aber Hexte-Diamonds. Ja, ne, wir haben gar kein Hexte-Kill-Diamonds. Aber die ist auch nicht schwer, aber die ist auf jeden Fall eine coole Rüstung. Auch einzigartig, relativ. Was hat denn die so für Effekte? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall... Ich möchte mir mal einen Ninja-Dagger bauen. Ich google das mal eben. Ninja-Dagger... Ach, kann man gar nicht... Die kann man gar nicht bauen, auch so ein Scheiß. Was kann man nicht bauen? Ninja-Dagger. So. Ich google mal eben so, was die Tribal-Rüstung ist. Ja, mach das mal. Oha, wir können sogar Lampen bauen hier. Das ist ja richtig cool. Loi. Ja, stimmt. Ja, wir haben diese kleinen Lampen... Also... Warte mal, ich muss mal eben... Bei die... Die Tribal-Rüstung... Wenn du die komplett anhast... Äh... Hast du... Äh... Unendlich... Night Vision. Das hab ich auch. Du hast... Strength... Was war Strength nochmal? Das hab ich auch. Äh... Jump Boost 3... Äh... Haben die nicht alle die gleichen? Ne, FIFA hat noch... Ne, ich hab... Ich hab Jump Boost, das hast du nicht. This armor is good for rangers, because... Äh... Manuel... Hast du den... Twilight Forest schon... Hast du den... Twilight Forest schon eigentlich aktiviert? Den was? Den Twilight Forest. Was ist das? Da gibt's nochmal richtig coole Sachen drin. Auch so neue Endbosse und so... Ach so, du meinst... Äh... In den Einstellungen? Ja. Ähm... Müsste ich aktiviert haben, ja. Dann würde ich... Dann mach ich mich mal schlau, wie wir da reinkommen. Und dann können wir jetzt eigentlich mal so ein Portal dahin bauen, weil da bin ich richtig gern mal hinten. Okay. Äh... Braucht jemand von euch noch... Hexes... Hexical Essences oder... Dingens? Weil dann verbrauche ich die 8, die das... Sind... Ja... Ne, mach du, ist in Ordnung. Ja, ne... Ich hab grad schon... Ich hab grad schon wieder neue... Ähm... Neue... Ah... Wie heißt das? Neue Türme gefunden oder sowas. Die Essenzen? Ne, ne, ne... Du musst ja mit den Essenzen musst du erstmal jetzt die Diamanten machen. Ja, ich war... Ja, ich weiß. Ich hab's hier gerade offen, so als... Dingens. Aber ich kann daraus schon zwei Diamanten machen. Das heißt, ich kann schon zwei Rüstungsteile machen. Ja, das stimmt. Und mach ich dann als erstes. Also das mach ich. Fünf Leder, zwei Iron. Aber ich mein, das wär echt scheiße, wenn ich halt meine Rüstung nicht heil machen kann. So nah wie... Wie viel Level hast du? Äh... Ich hab fast sechs. Also fünf. Okay. Weil ich glaub ich konnte meine Rüstung irgendwie nicht heil machen. Das war nicht ziemlich scheiße. Fünf Leder... Hab ich nicht aufgepasst, was? Fünf Leder, was? Also meine Rüstung kommt da neben die Scale-Rüstung. Da ist ja auch schon so ein Fass. Allein dieses Schwert, dieses Bein ey, das ist so krank. Ich bin echt chillig, ne? Ach so, das ist so ein Bein. Das hängt da einfach an der Wand. Ja. Wunder dich nicht. Da hängt ein Bein. Ja, bin ich gewohnt. Ach so, ist bei dir im Wohnzimmer auch, ne? Ja. Jeden Tag.